Hey zusammen! Heute haben wir eine neue Durables-Kollektion zum Auspacken. Mit grünen Türen! Ich kann's kaum erwarten, sie zu öffnen. Leute, erinnert ihr euch noch, dass wir in jeder dieser kleinen Kisten zwei oder drei Spielzeuge haben? Nun, lasst uns anfangen! Oh, seht mal! Wir bekommen hier zwei Spielzeuge. Lasst ihr uns rausholen und sehen, wer es ist. Ich glaube, das ist Alice. Schaut euch diese süße kleine Schleife an, die sie hat. Eine Tasse Tee. Jetzt lasst uns das zweite Spielzeug ansehen. Also, wer bist du? Es ist der kleine Chief Bogo. Schaut, wie stylisch er ist. Ich glaube, er ist aus der... dem Film Zootopia. Okay, du gehst jetzt zu Alice und wir werden euch beide im Katalog suchen, um euch beide abzuhaken. Leute, zuerst muss ich den Katalog herausbekommen. Oh, komm schon, Katalog. Wir wollen dich sehen. Also, was gibt es? Schaut, es ist ein kleines Podest. Okay, los geht's im Katalog. Wir sind bereit zum Abhaken. Schaut euch all diese Schönheiten an. Also, hier ist Alice und Chief Bogo von Zootopia. So, und wer wird der Nächste sein? Ich will eine große Figur. Nun, dann lasst uns mal loslegen. Komm schon, geh auf. Das ist wirklich schwer zu öffnen. Und los geht's. Hallo, ihr kleinen Boxen. Wow, schaut, wie hübsch und bunt diese Türen sind. Beginnen wir mit der größten. So, wer wohnt hier drin? Das ist die Frage. Schaut euch die hübschen Fenster an, die es gibt. Bereit, es zu öffnen. Oh, eine türkisfarbene Tüte. Wer ist da drin? Sammy, könntest du mir bitte eine Schere bringen? Ich habe hier Probleme beim Öffnen. Oh, Susi. Schau dich an. Ohne mich schaffst du nichts. Leute, gebt die Daumen hoch, wenn ihr unser vorheriges Video mit Indorables gesehen habt. So, komm schon. Wer bist du? Schaut euch dieses flauschige Kerlchen an mit dem lustigen Schnabel. Wer ist es denn? Nun, mal sehen, wen wir hier haben. Oh, es ist Sasu von König der Löwen. Wisst ihr was? Er ist eine Seltenheit. Übrigens, Sasu hat ein spezielles Podest. Also Sasu, komm zu unseren Freunden. Lass uns die anderen Türen öffnen und sehen, wer sich dahinter versteckt. Bam, bam. Kommt, wir fangen mit dieser hier an. Klopf, klopf. Okay, mal sehen, wer du bist, kleiner Freund. Und? Wow, ich habe es geschafft, diese Tür sofort zu öffnen. Oh, er ist so lustig. Er sieht aus wie ein Zwerg mit einer süßen Bommel. Okay, okay. Und wer ist das? Leute, kommentiert und lasst es mich wissen. Aha, es ist Mr. Smee aus dem Peter Pan Film. Leute, sagt Hallo zu eurem neuen Freund Mr. Smee. Lass uns die nächste Tür öffnen. Juhu, jede Tür ist ein Unikat, besonders auf seine eigene Weise. Los geht's. Die Tür ist offen. Hey, wer versteckt sich hier drin? Lasst uns diesen Beutel schnell herausholen. Aufmachen, aufmachen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Wow, du bist so süß, Kleines. Es ist das Schwein aus Moana. Oh, es ist bezaubernd und hat eine Blume auf dem Kopf. Zeit, deine neuen Freunde kennenzulernen, kleines Schweinchen. Und wir werden dich im Katalog auch gleich abhaken. Es ist Pua aus Moana. Hey, du. Wir machen weiter. Ich will diese Tür hier öffnen. Wen haben wir hinter dieser Tür? Ich beeile mich und öffne schnell den Beutel. Und? Wow. Es ist Ariel. Schau dir ihr Haar an. Ich habe ihr Haar immer bewundert. Ariel kommt bestimmt mit ihren neuen Freunden aus. Übrigens, unsere Ariel ist super selten. Wir haben hier noch eine letzte Tür übrig. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer dahinter steckt. Lasst uns das türkise Beutelchen öffnen und nachschauen. So. Wer bist du, kleiner Kumpel? Oh, es ist Buzz Lightyear von Toy Story. Wie gefällt euch sein bunter Raumanzug? Er ist so ein cooler Typ. Geh und triff deine Kumpels. Lass ihn uns abhaken. Buzz Lightyear ist selten. Seid ihr bereit, die nächste Tür zu öffnen? Weiter geht es. Oh, wer ist das? Wer versteckt sich hier? Oh, ich glaube, es ist der Hase aus Alice im Wunderland. Er hat auch eine Tasse in der Hand. Wir stellen ihn zu Alice. Na also, du sitzt neben Alice. Ich frage mich, wer das zweite Spielsack ist. Lass uns nachgucken. Ich glaube, es ist Aladdin. Schaut euch seinen Hut und sein trenniges Outfit an. Okay, es ist Zeit, unsere Jungs abzuhaken. Susi, vielleicht solltest du den besser benutzen. Warum? Was ist los, Sam? Vielleicht wird es einfacher sein, die Haken zu sehen. Okay. Wir haben jetzt zwei Charaktere von Alice im Wunderland. Und Aladdin. Übrigens, er ist selten. Leute, welche Disney-Animationsfilme mögt ihr? Schreibt das in die Kommentare. Und wir eröffnen jetzt die nächste Tür. Ich frage mich, wie viele Spielzeuge wir diesmal bekommen werden. Zwei oder drei? Oh, ich glaube, wir haben hier drei. Lasst sie uns alle herausholen und einen Blick drauf werfen. Warte hier, Tüte. Komm schon raus. Lass uns spielen. Wer ist da? Aloha. Ich glaube, es ist Moana. Sie ist so süß. Und ihr Blumenstirnband ist hübsch. Und wer ist der Nächste? Wer kann das sein? Ich glaube, es ist Abu von Aladdin. Siehst du den hübschen Hut, den er trägt? Er ist bezaubernd. Wir werden jetzt die Tüte öffnen und unser nächstes Spielzeug herausholen. Wer ist da? Es ist ein kleiner Welpe. Ich liebe seine hübsche kleine Nase. Er ist sehr süß. Lass ihn uns auf sein Podest stellen. So. Es ist Zeit, unsere Jungs abzuhaken. Wir haben jetzt zwei Spielzeuge von Aladdin. Und Max. Übrigens, er ist auch selten. Komm schon, Susi. Beäul dich. Genug mit dem Abhaken der Jungs. Lass uns die nächste Box öffnen. Warte, Sammy. Wir haben noch nicht alle abgehakt. Lass uns Moana noch abhaken. Erledigt. Wir werden jetzt eine große Tür öffnen. Geh auf. Wow. Hier drin sind sechs Türen. Beeilen wir uns und holen wir sie raus. So ist es bequemer. Ich muss vorsichtig sein. Diese Boxen sehen so gut aus. Lass sie uns hier anordnen. Und wir sind bereit zu gucken, wer da drin ist. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wer dahinter steckt. Raus mit dir, kleine Tüte. Äh, hier ist unser Spielzeug. Komm schon raus. Oh, wer ist das? Ein Kaninchen. Wir haben bereits einen Hasen von Alice im Wunderland. Naja, macht nichts. Ich mein, schaut euch seine Haare an. So lustig. Okay, jetzt auf zu unserer nächsten Tür. Bekomme ich die Tüte in die Finger? Ja, was denkt ihr Leute? Wen holen wir jetzt raus? Wow. Oh, es ist klein Fabius. Er sieht wie echt aus. Und dieser Blick in seinen Augen ist so süß. Beeilen wir uns und hacken wir ihn ab. Er sollte neben Ariel stehen. Also, ich werde unseren kleinen Fabius ankreuzen. Welche Tür will ich als nächstes öffnen? Diese hier. Tadam. Ich will unbedingt ein sehr seltenes Spielzeug bekommen. Was ist mit euch Leute? Komm schon Tüte. Gib mir eine Seltenheit. Es ist immer so ein aufregender Moment. Raus mit dir. Hoppla. Kein Entkommen. Seht euch diesen Flauschigen hier an. Leute. Was glaubt ihr, wer er ist? Ich glaube, er ist vom König der Löwen. Mal sehen. Du sitzt erstmal hier, kleiner Kumpel. Leute. Ich hatte recht. Er ist ein extrem seltenes Spielzeug. Ich bin so glücklich. Hm. Welches möchte ich als nächstes öffnen? Das hier schätze ich. So. Du Tüte. Tadam. Lasst uns sehen, wer in dir steckt. Ich frage mich, ob dieses Spielzeug auch super selten sein wird. Oh. Da glänzt jemand. Es ist eine Disney-Prinzessin. Sieht ihr das schöne Kleid, das sie trägt? Es ist rosa. Hm. Wer bist du, kleine Prinzessin? Mal sehen. Also. Hm. Auch richtig. Es ist Prinzessin Vanellope von Ralf Reicht. Hm. Diese oder diese? Ich denke, ich werde mit dieser weitermachen. Ich liebe das auspacken. Hier. Lasst uns die Tüte öffnen. Oh. Ich kann fühlen, dass es... Wow. Es ist ein kleiner Sultan. Es muss Aladin sein. Seht ihr, wie süß er uns anschaut? Und sein Outfit ist atemberaubend. Lasst ihn uns neben unsere Prinzessin stellen. Ich glaube nicht, dass es Jasmin etwas ausmachen wird. Äh. Wo ist die Tür? Sie wird auch eben noch hier. Es tut mir leid, Susi. Ich habe sie genommen. Ich dachte, ich könnte sie öffnen, aber es klappte nicht. Kannst du mir bitte helfen? Sicher, Sammy. Ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Mal sehen, wer sich hinter dieser Tür versteckt. Wir holen zuerst die Tüte raus. Und darin haben wir... Komm schon, komm schon. Wow. Es ist ein Cowboy. Es ist Cowboy Woody. Er ist so cool. Seht euch den Hut an. Wow. Er ist ein echter Cowboy. Da gibt es keine Zweifel. Geh zu deinem Freund Woody. Wir haben bereits zwei Spielzeuge aus dieser Serie. Leute, schaut euch diese tollen Figuren an, die wir hier haben und... Susi, ich brauche Hilfe. Oh, ich glaube nicht, dass Sam es alleine schaffen wird. Leute, wenn ihr wollt, dass wir die Türen öffnen, die noch übrig sind, dann sagt in den Kommentaren einfach ja. Okay? Und gebt die Daumen hoch. Je mehr Daumen oben sind, desto eher wird ein neues Video veröffentlicht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.